Ich hab noch 200 Liter, ja. Können wir machen. Ich bin auch ein bisschen... Rechte Tragfläche ist... Oh. Okay, das hat ich erledigt. Ich wurde getötet. Ja, der folgt dann dir auch. Wir standen zusammengeflogen. Wenn wir einen von den JT-Tippen hier Sturm übernehmen, dann rolle ich mich mal nach hinten. Sind wir schon mal zusammengeflogen, die Bahn? Deine Stimme kommt bekannt vor. Wow. Ich glaub schon. Ist doch sowas nötig, aber eigentlich... Ich denke, ich hab... Ich denke, ich hab euch schon mal... Warte mal, Aska, klar, wir sind doch mal... Ach, wir hatten doch... Wir hatten doch... Ach, ihr hässlichen Menschen. So, jetzt müssen wir die Jagd übernehmen jetzt. Da sind noch zwei. Oh, oh, oh. Wow. 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 Leute. Ey. Was machen die Leute hinter mir? Was sind das hier für Terroristen? Guckt nach hinten und da ist einfach nur so ein Flugzeug, was alles hinter mir ausfüllt. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Klopfen aber die Notbremse gerissen. Meine Fresse. So. Geh ich mal auf deine linke Seite. Ach, und die Warnung, das hat geklappt mit dem Injector, ne? Hey, super. Entschuldigung. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das schief gehen konnte, ehrlich gesagt. Weil das war ja wirklich idiotensicher eigentlich. Aber... Gut. Da hättest du eine große Anzahl frei irgendwo gehabt haben. Ja. Ich bleibe oben erstmal. Ja, ich dachte, das war sogar weh. Sorry. Das ist Sturmowick. Kommst du vor mir ran, oder? Okay. Das war vorbei. Ja. Das war vorbei, ja. Das ist klar. Hier raus, das war ich. Rand. Movedo. Echt? Ja. Ja. Gut, nice. Den hab ich nicht mal gesehen. Movedo. Falsch. Movedo. Dann bin auch über ihr jetzt. Ja. Ich hab's nicht mehr raus. Das ist die Fahne. Aber nur weiß. Klappt draußen. Weite kommt auch nicht langfristig. Der ist fliegt denn da. Eine Art Motor Schaden. Ja, das bin ich. Okay. Ich würde auch gerade fern die Feier hergekommen. auf die lak rein vorsicht die treffer rennt ja ich muss nach hause ja ist da noch die hat spritzfahne und dreht gerade über rolf richtung ich gehe die noch mal an aber ich würde empfehlen wir ziehen das jetzt gleich mal raus schwarze fahne schön da ist ein jäger in spiel den selben song noch mal alles klar den selben song und los oh shit ich glaube es war einer das ist kein weg gehts ok dann will ich mal dass wir hier dann nehme ich vielleicht auch mal eine f4 ja ich muss ins bett mit holen mit holen scheiße weh gerade hier ist richtig kackert ich glaube ich mach mal gleich einen organspenderausweis fertig die nieren schon auf Eis gelegt naja so hier darf 5 los werden und dann gleich ein seti kann ich rausnehmen erstes gleiten einstellen wenn ihr songwünsche habt ruft sie einfach ich weiß ja das weg kommen spielt den selben song doch mal alles klar den selben song und los ich muss ja sowieso zurückkommen die armen alter da ich stehe am garten zusammen will der starten nur weil einer landet schießt der auf mich what weiß dieser server echt das gibt so viele die leute der start ja nicht keine angst sind viele bescheuerte menschen hier wenn du kurz wartest ich mach grad motor an ja victor ja ich treffe auf den linken wow sauber nice es läuft ja heute ah das ist gut haben die in der 20er was gemacht das ist die auf einmal auch so also feuer hab ich selten sonst oh ah das ist am airfield flack schießt doch uns oh ah ok dann war sie auch ruhig ja und da ist langsames ziel am ende des airfields also die e2 für den foyer wir ziehen uns erstmal raus machen wir rein ja deswegen aber schau mal wenn ihr ein bisschen nach westen zieht ich komme jetzt grad vom westen rein kann euch dann höhendeckung geben ja dann noch nicht wegen der wolke oh jetzt kommt aber ran seid ihr grad hinter der wolke das ist shit ich hab heute fisch oh wenn ihr songwünsche habt ruft sie einfach hüpft die il2 hat geschlossen dankeschön wir sind die kantina band wenn ihr songwünsche habt ruft sie einfach spielt den selben song nochmal alles klar den selben song und los das ist alles okay scheiße das ist alles ideal Okay.